Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Hier in diesem Video erfahrt ihr alle Neuigkeiten rund um den neuen Peugeot E3008, der schon im Februar 2024, also in einigen Wochen dann, bei den Händlern erwartet wird und wo wir auch davon ausgehen, dass er demnächst bestellbar sein wird. Besonderheit ist hier, dass er die neue Stellantis-Plattform STLA bekommen wird, die dann auch weitere Konzernfahrzeuge aus dem Hause Opel, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Lancia und so weiter bekommen werden. Und das Spannende ist, dass man halt weggeht von einer Akkugröße, einer Motorengröße und hier eine Vielfältigkeit von Single-Motor, Dual-Motor schafft, die seinesgleichen sucht und damit halt auch für Stellantis und für den Peugeot E3008 viele, viele Möglichkeiten, die ich euch hier zeigen werde. Bevor wir losstarten, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach-Electrisch-Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt und was uns helfen würde, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch, einen Daumen runter geben würdet und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Jetzt geht's mal los mit dem Peugeot E3008. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne, schauen auf die Frontpartie und damit auch auf die neue Design-Linie im Hause Peugeot und die Wildkatze, die wird hier nochmal perfektioniert. Schön bullig, schön kräftig, schön gezeichnet sind gerade hier links und rechts die drei Streifen des Tagfahrlichts und das in Verbindung mit dem neuen Peugeot-Logo. Das sieht mal richtig, richtig klasse aus und das muss es auch, weil der 3008 ein Erfolgsgarant im Hause Peugeot ist und der muss funktionieren, der muss euch gefallen und der soll für gute Absatzzahlen sorgen. Gerade wenn wir in die Nähe schauen, dann sehen wir halt nochmal das Tagfahrlicht, sehr cool gemacht und auch das Pixel-LED-Licht. Da habt ihr die Möglichkeit, dann den Gegenverkehr auszublenden und trotzdem eine gute Ausleuchtung der Straßen zu bekommen. Man kann es vergleichen mit Matrix-Scheinwerfern und das ist auf jeden Fall mal eine gute Basis für den Fastback-SUV. Das heißt Fastback-SUV, wir haben kein klassisches SUV, kein klassisches Coupé, sondern wir haben ein Fleece-Hack-SUV, so ist das einfach mal übersetzt und das sieht schön gefällig aus, schön groß aus und hat, wie ich finde, halt auch gute, kompakte Ausmaße, wo man auch im urbanen Umfeld, jetzt hört zu, 10,60 Meter Wendekreis, sich gut und frei bewegen kann und ich muss sagen, so diese Silhouette hier, die sieht schon mal mega, mega schick aus. Ihr bekommt die mit 19, mit 20 Zoll Bereifung und sicherlich könnt ihr dann auch noch im Aftermarket-Bereich das Ganze etwas tunen und noch performanter gestalten. Ja, der Blick auf die Seite ist immer der Blick auf die Länge, 4,54 Meter ist er lang, 1,89 Meter breit, plus Außenspiegel, die Höhe 1,64 Meter, also ordentlich stattlich. Radstand nur 2,73 Meter, aber dazwischen gibt es zwei verschiedene Akku-Packs auf der neuen STLA-Plattform, die viele, viele neue Möglichkeiten bringen. Zum einen 73 Kilowattstunden netto, was dann resultieren soll bis 525 Kilometer WLTP-Reichweite oder 98 Kilowattstunden netto und dann bis 700 Kilometer elektrischer Reichweite. Dazu gibt es zwei verschiedene Antriebsformen, einmal den Frontmotor, die Vorderachse angetrieben mit 157 kW, 213 PS, 343 Newtonmeter, 8,7 Sekunden von 0 auf 100, dann mit 73 Kilowattstunden netto Kapazität und 170 kmh in der Spitze. Wem das nicht reicht, der bekommt auch für den Front-Wheel-Drive mit dem Vordermotor dann 170 kW, 230 PS, 343 Newtonmeter und 98 Kilowattstunden netto. Durch den größeren, schwereren Akku braucht er dann 8,9 Sekunden von 0 auf 100 und bleibt bei 170 kmh Spitze. Und wer sagt, nee, Frontmotor geht gar nicht, ich brauche ein Allrad, der bekommt auch eine AWD-Version, aber momentan nur mit dem kleinen Akku mit 73 Kilowattstunden netto, dann mit 240 kW, 320 PS Systemleistung und 509 Newtonmetern, wobei 157 kW auf der Vorderachse sind und 83 kW auf der Hinterachse. Und der Allrad funktioniert auch nur, glaube ich, bis 130 kmh. Dann habt ihr aber 6,4 Sekunden von 0 auf 100 und 180 kmh in der Spitze. Ja, endlich zwei größere Akku-Varianten im Stellantis-Konzern und auch bei Peugeot, die AC 3-phaseig 11 kW in der Basis geladen werden und optional soll es dann wohl später auch einen 22 kW-Lader geben. DC bis zu 160 kW, das ist okay, aber da hätte ich mir auch 200 kW gewünscht. 10 auf 80 braucht er dann wohl gute 30 Minuten bei dem großen Akku, was ja noch okay ist und was auch so momentan Stand der Technik ist. Ja, lasst uns so ein bisschen auf die Heckseitenpartie schauen und auch da ist diese gefällige Peugeot-Optik neu dimensioniert mit Klarglas-Rückleuchten in so einer dreidimensionalen LED-Optik. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr habt den angedeuteten Heckkannenspoiler, worunter sich die Scharniere des Vlieshecks befinden. Und wir haben natürlich auch eine dicke, fette Haifisch-Schlosser, um dann halt auch gut kommunizieren zu können. Da hätte ich mir ja gewünscht, dass das irgendwo in der Karosserie, Scheiben und in den Außenspiegel verschwunden wird. Zukünftig wird es auch Vehicle-to-Load geben. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch Energie dem Peugeot entnehmen, um dann vielleicht zum Beispiel Elektrofahrer zu laden oder weitere Dinge zu steuern. Ja, Kofferraum 520 Liter, das ist erstmal ordentlich und das passt auch zu der Fahrzeuggröße und ist damit halt auch vergleichbar mit dem Wettbewerb ID.4, ID.5, Skoda Enyaq, Q4, Audi e-tron. Einzig das Tesla Model Y sticht natürlich heraus. Was ich nicht gefunden habe, ist, ob es einen Frunk gibt. Ich vermute mal eher weniger. Dachgepäckträger sollte es eigentlich geben. Habe ich nichts gefunden. Schreibt da gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst. Und es wird eine Anhängerkupplung geben, dann mit bis zu 1350 Kilogramm Anhängelast. Und es wird eine Anhängerkupplung geben, Nach außen ist vor innen und lasst uns mal den Blick in den Innenraum werfen. Und da muss ich sagen, überraschen mich erstmal sehr hochwertigere Materialmixe. Das heißt, das werden wir im späteren Verlauf noch sehen. Wir haben hier schöne Stoffe, wir haben hier Mikrofaser, Alcantara Bezüge gepaart, dann wahrscheinlich auch mit Leder, Kunstleder. Und was ihr so seht, neben diesem großen Display, dieses i-Cockpit ist Peugeots, gibt es in zwei Varianten. Erkläre ich euch später nochmal im Detail. Und dahinter ist eine Aluminiumleiste, die dann mit einem Ambiente-Licht nochmal entsprechend beleuchtet werden kann. Also man geht hier wieder hin zu höherwertigen Materialien, was ich ja sehr begrüße, was ich auch in anderen Peugeots ja schon kennenlernen durfte. Ja, wenn wir so ein bisschen von der Beifahrerseite so auf das Cockpit schauen, dann sehen wir zum einen so ein bisschen die Fahrerorientierung. Das heißt, der Fahrer steht im Mittelpunkt. Er will seinen Peugeot ja performant durch die Gegend bewegen, aber halt auch mit einer sehr kräftigen Mittelkonsole. Da bin ich mal gespannt, ob das die Beinfreiheit dann einschränkt, weil sie ja doch so ein bisschen zum Fahrer hinüber geht, aber halt auch viele Ablagemöglichkeiten, induktive Ladefläche, Becherhalter etc. pp. bildet. Aber Hauptziel ist natürlich das i-Cockpit. Das gibt es in der Basis mit zwei 10-Zoll-Monitoren, die auch in so einem Curved-Design zusammengefasst sind. Oder, das ist das Highlight, was ihr hier sehtet, ein 21-Zoll-Curved-Panorama-Bildschirm mit 53,3 cm Breite, der halt auch diese Mischung macht zwischen Head-Up und normalem Infotainment. Dann mit oben und unten abgeflachten Lenkrad, was dann hoffentlich in der jeweiligen Körpergröße nicht vor dem Display steht. Das war ja immer bei dem vorherigen i-Cockpit so ein bisschen das Problem. Es soll auch stärker vernetzt sein. Die Peugeot-App soll da halt weitere Kommunikations- und Connecting-Features bekommen. Also da dürfen wir schon sehr gespannt sein, dann das Fahrzeug halt auch euch in einem Fahrbericht, in einer Review zu präsentieren. Und wir wollen natürlich dann halt auch den Verbrauch checken, ob er wirklich auf diese 525 bzw. 700 km WLTP-Reichweite kommt. Wir wissen ja, dass das äußerst schwierig ist. Aber der Akku soll eine hohe Energiedichte haben. Wir lassen uns da erstmal positiv überraschen. Ja, last but not least haben wir hier die GT-Variante. Dann natürlich wieder so als Top-Line mit feinsten Materialmixes. Ihr seht hier Kunstleder, Leder, Alcantara, Mikrofaserstoffe. Das ist alles sehr, sehr schick, sehr, sehr hochwertig. Und da sind wir gespannt. Ich freue mich ja schon auf die Assistenzsysteme. Auch da kündigt ja Peugeot einiges an. Hat man die prädiktive Regelung hoffentlich übernommen? Hat man einen vernünftigen Lenkassistenten zum Spurhalteassistenten bekommen? Das alles werden dann die Fahrberichte euch live zeigen. Umso wichtiger ist es, dass ihr halt mal schaut, ob ihr schon Teil der Einfache Elektrisch-Community seid, dass ihr da kein Video verpasst. Habt ihr schon eure THG-Quote beantragt? Ihr habt die Möglichkeit für euer Elektroauto, privat oder gewerblich genutzt, eine THG-Quote zu bekommen. Alle Informationen dazu habe ich euch zu meinem Partner Geld für E-Auto unten in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr einfach nur eure Daten angebt, die Vorder- und die Rückseite eures Kfz-Scheins oder eurer Kfz-Scheine hochladet. Ihr könnt nämlich auch für mehrere Autos das beantragen. Und dann macht alles Weitere Geld für E-Auto. Und ihr bekommt bequem das Geld aufs Konto überwiesen. Wenn ihr unseren Link nutzt, unterstützt ihr unseren Kanal. Und dafür sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Chapeau Stellantis, Chapeau Peugeot. Endlich kommt ihr in der Elektromobilität an. Das ist so mein persönliches Fazit, weil die STLA-Plattform jetzt halt auch größere Akkugrößen bietet. Bisher waren wir irgendwo so bei 50, 54 Kilowattstunden immer gefesselt und dann gepaart halt mit einem Frontmotor. Und jetzt haben wir Allrad-Varianten. Wir haben Akkugrößen mit 73 Kilowattstunden netto für die, die nicht so weite Strecken vielleicht vorhaben. Und wir haben 98 Kilowattstunden netto für all diejenigen, die ihn halt auch als Hauptauto, als Reiseauto, dann für ihre Urlaubsfahrten benutzen wollen. Und so, glaube ich, findet sich der Spagat relativ gut in der Elektromobilität. Die Optik gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist Peugeot-typisch. Mal angenehm anders als das, was wir sonst von den Autoherstellern geboten bekommen. Und auch im Innenraum haben wir endlich hochwertige Materialien von der Aluminiumschiene dann mit der leuchteten Ambiente-Licht plus Stoffe, plus Mikrofaser, plus Leder, Kunstleder, abgesteppte Nähte. Das kann Peugeot ja schon seit Langem sehr, sehr gut. Und da freue ich mich, euch das dann in live zu zeigen. Ich bin aber gespannt, was sagt ihr zum Peugeot E3008? Trifft er eure Erwartungen? Ist das das, was ihr euch vorstellt? Was ich euch leider noch nicht sagen kann, sind Preise. Da bin ich ja auch mega gespannt, dass Peugeot da die Preise verrät, weil ich ja weiß, dass nicht nur der Bruttolistenpreis entscheidend ist, sondern dann halt auch das Angebot des Peugeot-Händlers für Leasing, für Finanzierung, weil das ja vieles meist relativiert. Ich glaube, das interessiert euch auch mega, mega, mega. Ja, gebt gerne dem Video einen Daumen hoch, einen Daumen runter, wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat. Und schaut bitte gerne nochmal nach, ob ihr Teil der Einfach-Elektrisch-Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video als bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Olli. Vielen Dank.